Color von Leonardo Ceramica ist das erweiterte Farbprojekt aus glasiertem Feinsteinzeug für die Planung. Für die einzelne Anwendung in den beiden Formaten 10x10 und 20x20 cm modular aufeinander abgestimmt in 120 Unifarben oder in Verbindung mit anderen im Colorplan vorhandenen Kollektionen, woraus sich unendlich viele Verlegungsmöglichkeiten und Farbkombinationen ergeben. Zahlreiche Möglichkeiten bieten die Formstücke für die Zusammensetzung von Buchstaben und Zahlen und somit für die Realisierung von Schriftzügen und Hinweisen für den Wohnbereich oder für öffentliche Ambiente. Color eignet sich ideal für die Gestaltung von Badezimmern und Küchen im Wohn- und Gewerbebereich, ebenso wie für das öffentliche Bauwesen und den Dienstleistungsbereich wie Kindergärten, didaktische Einrichtungen oder Sprechzimmer.